Ah, hi! Ich wollte hier nur mal gerade vor Publikum schon mal ausprobieren, was hier so abgeht. Und ja, gehen wir mal rein. Wir sind auf dem Hof, ihr seht, wunderschönes Land, Luft, Gefüge. Und jetzt gehen wir mal eine Runde rein, zeige ich euch mal, wie es da aussieht. Auch schon ein bisschen dunkel, wir haben schon viel gearbeitet heute, aber ja, schießen wir mal los. Hier, schöne Schuhe abputzen und so. So, Kollege Altner, hier ist Zimmer und so und der Marc ist hier auch schon sehr am Arbeiten. Ja, ja, ihr könnt ja einfach mal reinfahren. Hey, guck mal mit. Ich geh mal in die Küche schauen, was die anderen Jungs getreiben. Eigentlich wird hier mal gegessen. Irgendwisschen Krachen muss schon sein. Falling. 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 Ja. So, ich glaube als nächstes gehen wir vielleicht mal in den Aufnahmeraum. Obwohl, so ein Apfel ist eigentlich auch lecker. Ähm, ja, dummerweise liegt uns dieses Video nicht in Farbe vor, weswegen man hier nicht erkennen kann, dass es gar kein Apfel ist, sondern eine Orange. Das wäre doch auch wirklich total lustig gewesen, wenn man es erkannt hätte. Gut. Okay. Also, hier lang. Nur ganz da. Vorbei, an der großen Uhr. Jetzt hier direkt. Ja. Nice, Alter. Hey, Party People! Jetzt gehen wir in meinen Lieblingsraum. Mir nach. Hier drin wird hart gezockt, manchmal hart gesoffen und vor allem hart geriffed. Ja, das war's doch schon mit der Tour. Schön, dass ihr da wart. Ich bringe mich mal noch kurz raus. Zur Tür. Und ja, die ist nämlich schon hier. Ja. Geil, dass ihr da wart. Album läuft. Album kommt. 2000. 15. Psst, 16. Also. Jetzt aber raus hier. Raus hier! 5. Wir sind zweifelig. 1.